Ich synchronisiere es nach. Distance! Green Hill Zone Act 2 Ja, es gibt hier die Abkürzung gegen Sonic. Jo, Willkommen, ich hatte noch Lust auf Distance. Ich weiß nicht, ob ich es gleich hochladen werde oder versetzt. Weil ich kann das aus meinem Videoschnittprogramm auf gut Deutsch hochladen und wenn ich es daraus hochlade, dann kann ich es nicht wie bei Youtube machen und als primärer festlegen, beziehungsweise vorab, da gibt es nur gleich richtig hochladen. So, wie ihr seht, Distance das Spiel, was ich absolut schrecklich erklärt habe. Andererseits absolut schrecklich erklären, passt auf 90% von my Content. Also, jo. Denke ich mal nicht, dass das so schlimm ist. Die Stellen, wo ich nichts sage, würde ich auf jeden Fall irgendwie nachkommentieren oder so einen Bums machen. Persönlich hätte ich mal Lust auf ein Q&A, Fragen, Antworten. Persönlich muss ich sagen, ich würde jetzt einmal auf Fragen für den Youtube-Kanal eingehen und von mir vom Diabetes. Wenn Interesse besteht, wenn nicht, werde ich es trotzdem machen, weil es ist mein Kanal. Fickt euch, dann schaut es euch halt nicht an. Apropos nicht anschauen, weil ich weiß, dass mein 10 Abonnenten-Special weniger Leute gesehen hat, als ich mittlerweile Abonnenten hatte. Hallo und diese 9 Idioten. Schaut euch mein 1 Abo-Special an. Das ist mein zweites Video, wenn ich mich nicht täusche. damit ihr das 10 Abonnenten-Special versteht. Das ist nämlich aufgebaut wie, weiß ich nicht, Herr der Ringe, Harry Potter. Und wie ihr da auch seid, ich habe dieses Level gerade geschafft in einer Minute 38. Da ist noch Luft nach oben. Das werde ich jetzt aber nicht streamen machen.